abgeholt werden der kleine Leon aber morgens, als doch keiner in der Schule war also nur als Leon da vorbeigegangen ist als ob ich das mache, wenn es mitten am Tag ist und die ganze Aula voll ist das wäre ein bisschen kacke aber nur ein bisschen so ein bisschen nein was, stirbst du schon wieder? du stirbst schon wieder nee, ich habe mehr Leben als du wahrscheinlich mehr Leben? nein mehr Leben? ja, ich habe mehr Leben sicher nicht habe ich gerade Damage bekommen, weil ich einen Block tief gefallen bin wer hat jetzt mehr Leben? jetzt nicht mehr wo bin ich hier? lade scheiß Server, lade Aua ich bin hier irgendwo im ADW ich wollte ja nur einen Dschungel finden komm schon das lässt der Dschungel nicht zu das lässt diese World Engine nicht zu das ruckelt gerade richtig heftig oh, kurz warten bis es respawnt der ganze Scheiß das kann ja ein bisschen dauern gucken wir so lange in den Himmel Ui, Himmel Kürbis oh, da ist Wasser Zeug und hier ist Sumpf will ich aber auch nicht hier sind Planes die ich auch nicht brauche ich brauche jetzt einen fickten Jungle und die Licht Engine hat auch noch Probleme da hatten sie jetzt auch mal eine neue die Licht Engine hat wieder Probleme hatten sie jetzt eine neue aber die haben sie wieder rausgenommen das wären Snapshots es wird ja nicht dunkel, oder? ich muss viele Viecher töten Viecher töten komm her doch, ich fühl mir Bücher cool das ist total nervig dass du jetzt Leder für Bücher brauchst echt? ja ein Leder für ein Buch glaube ich war das na dann oder ein Leder für zwei Bücher ich weiß nicht, wie viele da rauskommen ich hab schon acht gefarmt boah, wo bin ich hier? ich will ja nur Dschungel finden bevor hier alles voll ist mit Viechern da ist schon wieder Schnee nein das ist nicht so ganz Dschungel töd ich halt ein paar Kühe und es ist der Onkel draußen, Cole ich weiß, ich bin draußen dann geh nach Hause nee zu weit weg die Figur latschen in hier rum, bitte Creeper und Spinne explodiere ich schon wieder auf den Plains raus aus dem Schnee boah, wie weit muss ich denn laufen für die Scheiße, ey wahrscheinlich war direkt einer ums Haus war direkt ums Haus irgendwo einer und ich hab's verpeilt da ist wieder Sumpf moah was sind denn deine Koordinaten? äh, also gut F3 X minus 850 Z 20 ok ich bin bei X minus gleich 2000 und äh Z minus 7 äh 470 oh, ich muss essen Dschungel! oh ja, wer hat Dschungel gefunden? jetzt stirbst du wahrscheinlich jetzt lauf ich nicht mehr zurück ich hab echt nichts sinnvolles bis jetzt dabei aber ich hab genug Essen dabei die Zombies können wir mal in die Kimme knutschen weil ich die jetzt eh abhänge oh, oh, da ist ein Creeper verpisschen ja, bleib bloß da ich bin böse Creeper, ich bin böse besonders zu so kleinen Mistviechern das ist so ein bisschen Dschungelholzfarm ich brauche eigentlich nur ein Blätter paar Blätter also Saplings oh, zwei Endermen ich bin über dir scheiß Creeper so, mal gucken Kakaogohnen hab ich ja schon am Anfang so wofür braucht man denn scheiß Kakaogohnen? da brauchst du immer noch nirgends für aber wenigstens wachsen sie schon mal wo das ist schon mal ein Vorteil im Gegensatz zu vorher jetzt brauche ich nur noch so einen blöden Sapling damit ich auch die scheiß Bäume nachzüchten kann und wäre zufrieden komm schon, bitte Sapling Lottery ja, hab einen jetzt würde ich noch gerne ein Tempel finden das ist eine Festung sowas ähnliches kennst du Tempel überhaupt? da wo man zum Ende hinkommt nee dann nicht das sind sowas wie Pyramiden die es jetzt auch gibt da spawnt alle mögliche direkt drin aber ich glaube weiß gar nicht ob es die jetzt schon gibt in dem normalen oder ob du da für einen Snapshot brauchst ich gucke einfach mal vielleicht finde ich hier einen so hier war schon mal keiner die Klappe scheiß Skelett wo dran liegt das eigentlich ob wann und wo und ob Minecraft Musik kommt keine Ahnung von Lichtverhältnissen glaube ich nicht schön dunkel oder Lichtverhältnisse und äh Biom ja aber jetzt äh ok jetzt höre ich es wieder ähm gucken die ist hier irgendwo was da sind Planes und sonst ist da relativ wenig was ich jetzt gerade sehe das ist mal ein Schwein das abgeschlachtet wird und Kakaobohnen die ich mitnehme passt jetzt habe ich auch genügend davon oh man der Dschungel ist so riesig was hat das ist halt ein Dschungel riesig oh ich laufe jetzt glaube ich zurück ja ich bin durch ja ich laufe außenrum zurück war mir zu blöd nochmal da durchzulatschen ist mir zu blöd und die Tempel spawnen sowieso nur an den Grenzen von den Dschungeln ja komm verpiss dich wehe oh ich habe wieder nichts gegessen ich gehe wieder in den Dschungel rein schnell BZW ich renne einfach von dem Scheißzeug weg oh ich kann hier nicht so ein blöder Tempel spawnen wenigstens eine Pyramide in der Wüste dann halt nicht aber ich laufe jetzt mal in Richtung da ah ne da ist es besser äh ich hätte springen können voll nervig dass man beim Essen langsamer läuft findest du auch dann halt nicht komm stirb scheiß Gu ich hab keine Lust mehr zu reden warum das denn weil sowieso nur scheiße da rausgekommen passt doch und und ich hab auch keine Lust mehr irgendwas zu kommentieren von dir weil da sowieso auch immer nur scheiße auskommt ich sag ja nichts mehr ja es wird bald noch kommen keine scheiße zumindest äh ja oh ja kühle noch mehr oh ja 30 Fleisch hallo was ist denn hier passiert ein Steinstrand hm what the fuck ich hab grad kein what ok wenn ich da reinfalle bin ich tot keine Chance hoffentlich ist das Weizen mittlerweile gewachsen Geo Iris so was brauche ich denn jetzt als nächstes noch Birken habe ich Dschummel habe ich ähm Zuckerrohr habe ich bräuchte noch normalen Bäume habe ich 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 dann Vielen Dank.